Und da bin ich wieder, weiter geht's mit Tomb Raider Laras Comeback, unserem kleinen Oster-Let's Play 2019. Ich weiß jetzt, wie's weitergeht, ich hab in der Lösung geschaut, und zwar, ähm, ja, ist ein bisschen schwierig drauf zu kommen, aber eine coole Idee. Und zwar haben wir tausendmal versucht, dieses Ei hier einzuschießen, aber hier sieht man's schon, man kann das Bild einschießen und dahinter gehen. Das hab ich nicht gesehen, aber jetzt haben wir's herausgefunden, trotz Lösung, aber egal. Und, ähm, ja, kriechen dann hier mal lang. Und sind mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen, wir können sogar hier runterkriechen. Und da ist die Fackel, die ich gesucht habe, das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch Feuer. Das ist natürlich die nächste Frage, wo finden wir das Feuer, weil die Fackel haben wir jetzt. Und wir müssen jetzt erstmal so Stück für Stück auch irgendwie hier rüberkriegen. Ich überlege gerade, ob irgendwo Feuer gewesen ist. Ich kann mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Oh, hier nochmal zurück. So. Und werfen. Jetzt haben wir's gleich. Und, zack. Jetzt müsste die Fackel unten liegen. Dann können wir wieder hier raus. Mit Laras komischen Hose. Aber ich glaub, das ist wirklich so eine Stoff-Jogging-Chiller-Hose, weil die sieht irgendwie... Mit diesen weißen Flecken ist die, glaub ich, flauschig. Also das... Ich glaub, Lara macht sich's hier echt bequem gerade. Die gönnt sich mal ne Auszeit, sucht ein bisschen Ostereier und chillt mal ein bisschen die Basis. Das muss ja auch mal sein. Lara kann ja auch nicht immer on tour sein und hier... Ähm, voll auf Achse sein. Die ist ja auch nur ein Mensch. Auch wenn man das manchmal nicht glaubt. Joa, und dann... Schauen wir doch mal, ob wir irgendwo diese Fackel anbekommen. Ich wüsste jetzt auf Anhieb ehrlich gesagt nicht, wo, weil ich kein Feuer gesehen habe. Aber mal schauen. Vielleicht hat sich auch hier draußen was getan. Ich weiß es nicht. Ich hab übrigens auch noch ne andere Idee. Und zwar könnte man ja auch mal beim Tic-Tac-Toe blau gewinnen lassen. Das wollte ich mal ausprobieren. Ob das vielleicht auch etwas ändert. Weil es muss ja nicht immer... Also nicht unbedingt rot gewinnen. Sondern es kann ja auch blau gewinnen. Deswegen versuchen wir das gerade mal. Ich weiß aber nicht, ob die Tür jetzt hier wieder zu geht dadurch. Ne, die bleibt offen. Schon mal gut. Weil vielleicht kamen wir auch deswegen nicht weiter. Weil wir nur das rote Tic-Tac-Toe gemacht haben. Und vielleicht müssen wir auch das blaue machen. Dann öffnet sich vielleicht nochmal was anderes. Und... Mal schauen. In der Beschreibung, also im Walkthrough, wurden diese Teddybären als schwarze Teddybären bezeichnet. Aber das ist doch blau, oder? Also ich sehe die in blau. Für mich sind die blau. Eindeutig. Achso, den kann man gar nicht verschieben. Und... Den kann man auch nicht verschieben. Das heißt, wir können blau überhaupt nicht... Weil das sind die festen hier. Die dunklen sind die festen. Und das heißt, wir können überhaupt kein blaues Tic-Tac-Toe machen. Also hat sich das auch schon mal erledigt. Und nehmen wir da unsere Fackel. Und schauen mal, ob wir die nicht irgendwo ankriegen. So, wo liegt die jetzt? Jetzt habe ich sie weggeworfen und habe keine Ahnung mehr, wo sie liegt. Ist auch mal wieder so typisch. Aber die findet sich schon irgendwie wieder. Äh, wir laden das einfach. Oh no. Okay, das war gerade richtig dumm. Ich glaube, da hätten wir sie schneller gefunden, als sie nochmal neu zu holen. Aber das geht ja auch relativ schnell. Also machen wir das Ganze nochmal. Hier, zack. Und... Ja. Ich kann ja in der Zeit schon mal vielleicht so ein bisschen gucken im Internet. Huch. Mir fällt das Handy fast aus der Hand. Ähm. Wo man das Feuer findet. Also wir haben jetzt hier Torsch. Now remember that Zinslar is holding the torch. And can't climb, crawl, swim or... Achso. Ähm. Ich muss ja auch spielen. Okay. Ich lese gerade. Leave this room and go back to the hallway where you entered the house. You can leave the torch laying in the hallway for later. You won't need it now. Weil wir noch kein Feuer haben. Okay. Ja, klasse. Das bringt uns ja auch nicht wirklich weiter. Muss ich gerade mal gestehen. Getting acquainted with the house. Was zur Hölle? Ich raff gar nichts. Turn and open the second set of wooden doors. Also das haben wir schon gemacht. Ähm. Das ist übelst schwer, Englisch zu lesen und dann noch hier nebenbei zu spielen. Okay. Ich glaube, die haben wir runtergeworfen. Jawohl. The basement. Blah, blah. Blah, 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 blah. Finding the ass. Yellow egg. Haben wir schon. Beer puzzle haben wir. Ähm. Living room key. Haben wir. Lighting the fireplace and finding secret one. Go back up to the main hall and out to where you entered the house. Use the living room key on the blah, blah, being the torch with you into the room and leave it there for now. Ich dachte, later. First go to the desk to the left on the entrance and pull it out once in the blah, blah, open this and take the kitchen key. Okay. Den haben wir nicht. Wo ist der kitchen key? Den haben wir irgendwie übersehen. Also wir müssen nochmal in den Raum hier zurück. Hier. Und müssen irgendwas pullen und dann kriegen wir unseren kitchen key. Verstehe. Aber was müssen wir hier noch ziehen? Also den können wir nicht ziehen. Der ist auch Käse. Auch das können wir nicht ziehen. Kann man vielleicht hier drin? Nö. Also ich weiß wirklich nicht, was man hier schieben kann und was nicht, weil man es einfach nicht sehen kann. Also die Blöcke sind nicht so einfach mit dem Auge auszumachen. Das finde ich hier ein bisschen schwierig. Ja, keine Ahnung. Oder ist doch hier noch irgendwo ein Block? Für den kitchen key oder beziehungsweise wo der kitchen key versteckt ist. Ich habe ja keine Ahnung. Ich finde es irgendwie ziemlich schwer, hier vorwärts zu kommen. Weil irgendwie verzetteln wir uns hier ziemlich. Also ich muss da nochmal lesen gerade. Go over the bookshelves on the end wall. You will notice that a part of the shelf is protruding. Wieso sind die eigentlich auf englisch? Das ist so scheiße. Pull out the bookshelf. Haben wir schon? To the right of the protruding part. So haben wir. In this passage is the level's only secret, but we will get that later. If you follow the passage, you will come to a large room with a curtain covering the S-wall to close doors in the N and V. And one unlit candle standing on a diamond tile in each corner. For now, leave this room and go back to the main hall. Go up to the stairs into the hallway and right. Enter the kitchen. Use the kitchen key. Hä? Wo ist denn der? Kitchen key. Also hier haben wir eigentlich nur gesagt, hier können wir noch nicht weiterkommen. Also gehen wir halt wieder raus. Alter Schwede. On the S-wall, the closed gate, which will open later. Go left and around the back of the stairs and the dark corner. There is a button you can push. Do so to open the two gates on the floor above. Ich raff das überhaupt nicht. Also nochmal von vorne. Also nochmal von vorne. Der room key, a living room key sind wir jetzt drin. As you enter the basement, you will see the following. A pit in the floor. Is there's leading down it to it? Hä? Oder sind wir im falschen Raum? Also ich raff gerade echt nichts mehr. Ist das der living room? Nein. Oder? Doch. Vielleicht können wir auch hier diese Blöcke verschieben. Haben wir schon mal probiert, oder? Ja. Hm. 10 Minuten gespielt sehe ich gerade und keine Ahnung, was ich hier treiben soll. Weil ich auch einfach hier gerade so wie er in diesem Walkthrough rum lese. Ich würde es ja so gern unterbrechen einfach und, äh, das einfach, ähm, offscreen mal durchlesen. Aber das kann ich ja hier gerade nicht. Aber ich kann es jetzt auf die Schnelle auch nicht so nachvollziehen, was da drin steht. Weil ich halt auch einfach schlecht in Englisch bin. Und ich einfach gerade nichts raffe. Go over the brown beer. Das hatten wir doch schon. Finding the first yellow egg. Das ist das oben. Das ist jetzt hier mit diesen ganzen Bären, die wir da verschoben haben. So haben wir gemacht. Ja. Go back up to the main hall and out where you entered the house. The living room key to unlock to close the door here. Bring the torch with you into the room and leave it there for now. First go to the desk to the left. There here, ne? Ähm, off the entrance and pull it out once. Okay. Puh. Ähm, okay. Okay. Ich sag jetzt einfach gar nichts mehr. Aber ich glaube, hier haben wir den... Den, äh, Kitchen Key. Endlich. Meine Güte. Also das ist ja wirklich echt anstrengend hier. Wer kommt denn auf die Idee, das da wegzuziehen? Oh man. Okay. Das hatten wir dann auch. Also das Spiel ist schwierig, weil hier einfach Dinge sind, die man sonst nicht kennt. Und da komme ich so jetzt mit meinem... Auch eigentlich schon geschulten Tomb Raider Auge nicht drauf, weil... Es einfach, ähm, so bis jetzt noch nie gab, dass man sowas schieben kann oder sowas einschießt oder... Also es ist schon sehr schwierig darauf zu kommen, was hier zu tun ist. Das muss ich jetzt echt mal sagen. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal hier eine Tür aufgemacht. Ich wollte ja echt schon aufgeben und die Folge löschen, aber jetzt sind wir gerade weitergekommen und jetzt würde ich sagen, lassen wir das mal so. Ähm, ja. Normalerweise lade ich sowas nicht hoch, aber... In Anbetracht der Zeit, die ich noch zur Verfügung habe, dieses Let's Play aufzunehmen, lasse ich das jetzt einfach so. Okay, was haben wir jetzt hier oben? Einen wunderschönen Raum mit Billardtisch. Und eine Bild, das wir natürlich sofort versuchen einzuschießen. Das ist natürlich auch ein gutes Training für die zukünftigen Let's Plays. Ähm, vielleicht Dinge zu tun, die man sonst nicht tun würde. Wie sowas zum Beispiel. Aber das bringt uns gar nichts. Oh, guckt mal da. Ein Aquarium. Das können wir sicher verschieben. Und da muss ein Buch rein, das sehe ich schon. Wir müssen nur das Buch entsprechend finden. Aber das ist ein sehr schöner Raum. Und dieses Aquarium kann man ganz bestimmt schieben. Man kann ja hier alles schieben. Nein, kann man nicht. Aber ich würde sagen, wir gucken uns das mal an, weil ich liebe Aquarien. Ich bin voll der Aquarienmensch. Ist ein bisschen karg eingerichtet, würde ich mal sagen. Aber die Fische sind schön. Sehr, sehr, sehr schön. Aber ich glaube, das bringt uns hier noch nichts. Es sei denn, hier ist wieder irgendwo ein Blocker der Wand, den wir nicht sehen. Aber das sieht hier wirklich nicht so aus. Es sei denn, hier... Man muss es echt ausprobieren, weil man sieht es ja nicht. Ich bin so confused. Ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es wirklich nicht. So, dann gehen wir halt mal hier raus. Guck mal da, da kommen wir doch mal wieder schön ins Freie. Das hat doch auch mal was. Hier haben wir einen schönen Brunnen. Mit Wasser drin. Schönes Sonnenblumen, die hier wachsen. Es ist ja schon ein schönes, schnuckeliges Level. Das auf jeden Fall. Aber es ist auch wirklich nicht einfach. Und hier sind wirklich sehr schöne Blumen. Große Blumen. Ich mag ja Blumen. So, hier kann man auf jeden Fall hoch. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Könnte vielleicht auch auf dieses Dach irgendwie. Und versuchen jetzt mal... Ach nee, doch nicht. Okay. Vielleicht später. Wir versuchen jetzt mal dieses Ei einzuschießen. Ob das geht. Aber das ist irgendwie komisch programmiert. Da kann Lara gar nichts mitmachen. Die kann sogar einfach durchlaufen. Äh, ja. Das ist ja auch eine geile Schaukel. Witzig. Die ist echt groß, die Schaukel. Und ein bisschen sperrig. Aber, aber gut. Soll mir recht sein. Hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Alter, die Schlüsselproblematik, die geht mir ja auch ganz schön auf den Zeiger. Und ich weiß nicht, kann man... Ah, hier kann man schon mal durchkriechen. Und hier kann man vielleicht auch drauf. Ja. Und guckt mal, da liegt sogar der Schlüssel auf dem Dach. Und ich finde, wir können auch mal schauen, ob wir hier irgendwo in die Fenster springen können. Vielleicht liegt da ja was. Aber da ist nichts. Da brauchen wir uns die Mühe nicht machen. Und können direkt einmal hier durchkriechen. Ähm. Ne, können wir nicht. Aber wir kommen ja von drüben im Schlüssel rein. Weil sowas kann Lara ja nicht, ne? Das wird sogar mein, mein dreijähriger Cousin hinbekommen. Aber Lara kann das nicht. Die kann alles Unmögliche möglich machen. Aber einen Absatz runterklettern, das kriegt sie nicht hin. Immer wieder faszinierend mit der Frau. Die ist echt ein Phänomen. Kann man nicht oft genug sagen. Hier ist bestimmt wieder mal in dieser schönen Geschenkekiste. Ach, das Buch. Das ist natürlich jetzt klar, wo das hin muss. Das habe ich schon gerafft. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich hier was von Anhieb raffe. Und dieses Level bringt mich echt an die Grenzen. Und es tut mir leid, dass ich vorhin so viel nachlesen musste. Und so verwirrt war. Und nicht wusste, was ich tun sollte. Aber ich glaube, am Ende sind wir zu einer Lösung gekommen. Und das zählt doch, oder? Das Ergebnis zählt. Ich würde sagen, das ist das Motto der Folge. Das Ergebnis zählt. Und wenn ich hätte Pause machen können, hätte ich das ja auch unterbrochen. Aber ging nicht. Seht's mir bitte nach. So, jetzt nimmt das ganze Fahrt auf. Jetzt haben wir nämlich die Tür geöffnet in dem Living Room. Was da übersetzt Wohnzimmer heißt. Ich bin so gut in Englisch. Ich weiß sogar, was Living Room heißt. Muss ich mich mal hier selber auf die Schulter klopfen. Muss ich mich mal selber auf die Schulter klopfen. Ich glaube, das hat sich gerade ein bisschen besoffen angehört. Aber ich bin es nicht. Ich habe nur gestern Abend einen Sekt getrunken. Und heute haben wir Karfreitag um 13.55 Uhr. Und ich muss um 15 Uhr, also eigentlich um 14.45 Uhr weg. Deswegen wollte ich das Spiel bis dahin zu Ende haben. Weil ich morgen noch andere Sachen tun muss. Und ja. Weil ich dann nicht mehr viel Zeit habe über die Feiertage. Und ab Dienstag wieder arbeiten muss. Deswegen muss ich das Let's Play jetzt hier noch fertig kriegen. So. Aber wir lassen uns natürlich nicht von dieser Zeit stressen. Die mir zur Verfügung steht. Ich versuche es zumindest. Drücken den Schalter. Und haben was getan. Ach ja. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir das aufheben. Und wahrscheinlich drinnen die Kerzen anzünden. Und ich würde sagen, das versuchen wir dann in der nächsten Folge. Und sind gespannt, was dann passiert. Also. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, meine Lieben. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.